internet zurück bei 43 abschnitt 2 slums wir füllen uns wieder zu hause dann komm aus dem slums richtig na 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 hier ist niemand absolut niemand ziemlich gemütlich moment ich kann nicht laufen gott wozu ok seid jetzt bloß leise alles wird gut sie mich schon mit mutti beim einkaufen oh oh komm spricht man vom top mutti was ist denn jetzt was ist denn was ist denn halte e ja großartig ich will nicht zu ich will weg ok shut up shut up ha 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 ich hab nur eine pistole ein tanzendes spinnennest oh oh warum schleich ich nu alright alles wird gut Was ist zur Hölle? What the? Lass, 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 lass gut sein. Okay, ich sage nicht mehr, dass alles gut ist. Wer? Wo? Gott. Das ist doch zu verzeifeln. Aha. Dankeschön. Uwe, ich höre was. Ich höre nichts. Na, oh, wa! Kommando, hier Echo 3-1. Wir haben ihn. Bereiten uns auf Betäubung und Transport vor. Wir kommen aus der nordwestlichen Ecke von... Ah! Ähm, ja. Ey, der lebt noch. Tu was dagegen. Ich will eigentlich nicht zu dir, Alma. Okay, gut. Gut, löst dich auf. Geh, hau ab. Wie kannst du noch... Soll ich dich... Hier. So bin ich. Freundlich. Erlösend. Tja dann. Wenn wer... Wenn irgendjemand was sagt, ich war das. Na, 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 na. Und durch, und durch. Oh, shit. Was steht hier? Oh, Gott. Ich kann das nicht lesen. Mein Greiftruppe Echo hat keine Verbindung mehr. Wenn wir dieses Subjekt nicht bald ergreifen, wird uns das Kommando in der Luft zerreißen. Kein Problem. Hauptsache euch zerreißt es mich. Ah. Speichern. Gut. Speichern ist gut. Ich liebe Speichern. Hat irgendjemand seine Wäsche aufgehängt? Guter, guter Platz. Okay, da schnappe brauche ich jetzt keine. Sieht doch recht gemütlich hier aus. Herr Kauserdecker. Und deswegen gehe ich wieder in die Kanalisation. Ist ja logisch. Danke fürs Zumachen. Muss ich mich nicht um alles kümmern. Ich gehe genau in die andere Richtung. Lepp wohl, tschüss. What the fuck? Oh, Gott. Oh, vielen Dank. Tsch, tsch, tsch. Komm her. Die Taschenlampe wird dich noch verraten. Okay, du. War das gut? Ja, mach zu. Mach zu. Ich gebe dir 3 Uhr. Weg, 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 weg Nimm das! Das war eine Granate. Du hättest eigentlich explodieren sollen. Leppwoll. Kann ich Zivilisten eigentlich auch abmöxen? Ich meine nicht, dass ich das gerne tun würde. Aber... Was hast du? Du Lügner. Also ich war das nicht. Könnte schon, aber YouTube hätte was dagegen. Hahaha, ihr wisst, welche Waffe ich habe. Was? Wer? Wo? Warum? Weshalb? Kohleautomat! Oh Gott, meine Energie. Meine Energie. Kontrollpunktland. Komm, 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 komm. Wir machen das jetzt. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Schaut ab. Wow. Wir störst einen Arm. Meine Energie, meine Energie, meine Energie, meine Energie. Bleibt draußen. Und noch einen. Stirb doch einfach. Oh ja, komm her, komm her, komm her. Ah, Quatsch, komm. Komm einfach hier rein. Oh, na. Ah. Lass mich hier wieder raus. Quatsch. Ich schieße dir gleich in den Rücken. Oh, 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 oh. Oh, Gott. Er ist tot. Verdammte Kacke. Brauche Hilfe. Nein, 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 nein. Geh bei Ruhe, ge bei Ruhe, ge bei Ruhe. Du hast gar nichts. Aber ich auch nicht. Ich höre nicht. Um Himmels Wille. Ich brauche Unterstützung. Ich gebe dir Unterstützung auf dem Weg ins Nirwana, mein Freund. Lecker Seelenband. Kriegt eure Lars. Er muss hier langkommen. Hinter den Karren zurück. Jemand sollte nach oben. Wieso springe ich jetzt hierher? Einfach, weil ich's kann, okay? YouTube, einfach, weil ich's kann. Wahrscheinlich wird man nur mit einem Helikopter fliegen können. Wahrscheinlich. Schlauberger. Schlauberger. Krasse Fernseher. Aufstieg, Baby. Aufstieg, Baby. Schlauber. Scheiße. Scheiße. Unterhalb. Verlagern. Ist hier jemand? Hallo? Schlauber. Scheiße. Scheiße. Du brauchst ja gar nicht bei der Munitionskiste. Ah, keine Munition. Ah, oh Gott. Sniper, Baby. Sniper, Baby. Hat denn irgendjemand gesehen? Krasse. Runter mit den Katzen. Ich hab mir einen verdammten Speicherpunkt, oder? Hab ich ihn gesehen? Schau's weiter. Du, mein Freund. Okay, man kann auch daneben schießen. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, Baby. Ja, ja, ja. Zu spät, man kann. Du, 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 du. Du, 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 du. You're going to die. I don't like it. Wer läuft? Hinter mir? Wo bist du hin? Wieso höre ich hinter mir etwas? Da bist du ja. Shut up. Ich wusste, ich höre was. Speichert. Ah, Speichert, Baby. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part. Puh, ich bin gerade konzentriert. Tschüss.